Gold Eagle Shadow 1 ist Feuer bereit. Wir verlieren hier Zeit. Verstanden, Grace. Moment. Nice well, haben wir Bestätigung? Watcher 1 an Bravo 07. Ist du in Position? Ava ist da. Da kommt ein Heli. Das ist General Gorbrani. Passt genau. Jetzt drauf da. Finden wir heraus, was der mitten im Nirgendwo vorhat. Kurs geht durch, wenn das Ziel in Sicht ist. Ist im Visier. Was siehst du? Bewaffnete Einheiten, Panzerwagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Gorbrani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wir müssen Gorbrani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Bewaffnete Eskorte um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für sie sein. Ich sehe General Gorbrani. Verstanden. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Verstanden, Freigabe. Schickt sie. An alle Einheiten, Shadow 1. Rakete bereit zum sofortigen Abschluss. Bereithalten für Start. Koordinaten drin. Ziel zugewiesen. Zwei, ein, Schuss. Rakete ist unterwegs. Wieder fassen. Sie benötigen manuelle Stabilisierung. Rakete auf Kurs Nord-Ost bei 0,65 Grad mit Mach 3. Höhe 500 Meter. Das ist das richtige Fenster, beibehalten. Schlaf frei. Auf Einschlag für den Bereich. Start bis zum Ziel. Fünf Sekunden. Stabilisierung in drei. Verdammte Scheiße. Treffer. Ziel zerstört. Ziel zerstört.